moin moin und herzlich willkommen zu einem preview auf den missions editor von der making history expansion für kerbel space program das dlc wird am 13 dritten an den start gehen und steht euch dann zur verfügung und neben den historischen missionen auf die ich ein anderem mal noch eingehen werde gibt es als neues feature einen missions editor mit dem könnt ihr für euch selbst und natürlich auch für freunde zuschauer kollegen carbonauten alles was euch einfällt missionen bauen und in denen wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen und den ersten blick wagen wie das eigentlich aussieht wenn ihr damit eine mission baut wenn ihr das spiel gestartet habt könnt ihr über start game runter gehen auf die normalen optionen und hier seht ihr gibt es ein paar neue missionen nämlich play missions und den mission builder wir werden uns heute den mission builder angucken wenn ihr euch fragt warum ich das auf englisch mache das spiel gibt es jetzt mit der 1.4 natürlich auch auf deutsch ich habe es mir kurz angeguckt ich habe jetzt glaube ich vier jahre lang ksp auf englisch gespielt ich bleibe erst mal für dieses video bei englisch weil sonst muss ich selber ksp komplett von vorne lernen weil ich habe nichts mehr gefunden ich habe mich so an englisch gewöhnt es ist natürlich alles auch auf deutsch verfügbar und ihr könnt jederzeit die deutsche einstellung auch verwenden die icons sind die gleichen also nehmt einfach her und stellt euch um auf deutsch wenn ihr euch noch nicht so sehr an englisch gewöhnt habt oder es euch auf deutsch einfach leichter fällt wenn wir die mission bilder aufmachen plöcken wir in einen relativ blanken missions screen in dem wir rum klicken können und ich würde sagen wir arbeiten uns jetzt mal langsam durch durch die sachen die es gibt und bauen uns erst mal eine ganz einfache mission die wir dann mit ein paar settings erweitern damit ihr das prinzip versteht und euch dann selber austoben könnt und schon mal grob wisst wie es funktioniert wenn am 13 dritten die expansion rauskommt also wir fangen ganz basismäßig an oben gibt es wie immer den namen wie bei einer rakete könnt ihr eurer mission auch einen namen geben und wir nennen unsere mission jetzt mal orbit wir wollen einfach erst mal ein orbit erreichen so hier drüben die buttons solltet ihr kennen die ersten drei das ist einmal eine neue mission machen das ist eine vorhandene mission öffnen und das ist diese mission speichern wenn ich hier drauf klicke sagte mir auch gleich du hast noch kein briefing eingetragen und das ist nämlich auch der nächste knopf der wäre hier in den werde ich jetzt automatisch reingezogen wenn ich auf ok drücke vorher kann ich nicht speichern ich mache es jetzt noch mal zu um euch zu zeigen dass es tatsächlich der gleiche knopf ist hier können wir mission briefing informationen eintragen also sowas wie naja briefing notes was sollen wir denn eigentlich machen und da können wir jetzt mal reinschreiben erreiche mit einer rakete einen orbit das ist unsere erste kleine mission die wir uns bauen und dann gibt es noch weitere optionen natürlich wir können hier eine modliste abrufen da passiert im moment noch nichts wenn man drauf klickt ich weiß noch nicht was da geplant ist vielleicht muss ich dafür mods installiert haben ich habe jetzt derzeit keine mods installiert deshalb kommt da vermutlich nichts ich denke mal wenn man mods installiert hat wird hier wahrscheinlich eine modliste reingeladen hier kann ich meinen namen eintragen als erschaffer oder autor dieser mission und ich könnte mission packs auswählen habe ich aber noch nicht mit der hard mission kann ich markierung setzen dass diese mission schwer ist um andere spieler zu informieren wenn sie meine mission mal ausprobieren wollen dass das vielleicht nicht ganz einfach wird was ich ihnen hier antue und das vielleicht nicht so ganz einsteiger freundlich ist da wir jetzt erstmal nur eine orbit mission machen alles gut lassen wir den haken draußen und dann können wir noch ein paar banner anwählen nämlich einmal erstmal so den play banner wie die mission eigentlich aussieht also was die selber für ein banner hat dann den success banner da haben wir ein bisschen mehr auswahl was wird angezeigt wenn der spieler erfolgreich die mission abschließt da würde ich das popcorn und schweben nehmen wir sind ja dann im orbit da ist ja auch schwerelosigkeit angesagt und da gibt es noch ein fail banner da gibt es auch verschiedene sachen die so ein bisschen mehr oder weniger spektakulär einen fehlschlag anzeigen da würde ich mal den nehmen das entspricht glaube ich ganz gut dem wie es aussieht wenn ich ein orbital start nicht so gut hinbekomme so objectives ist erstmal noch leer das ergibt sich später das kann ich jetzt da kann ich jetzt auch nichts drin rum klicken oder sowas sondern wenn wir später ein ziel der mission vorgeben wird das ausgefüllt mit unserem objective für die mission ich kann auch punkte vergeben was genau die also es gibt eine bewertung wenn ich die mission abschließe was genau und dann die einzelnen sachen machen und die anzahl punkte das kann ich euch noch nicht so richtig sagen weil ich noch nicht verstanden habe wie es im detail funktioniert also was ich auf jeden fall machen kann ich kann ein completion bonus sagen und wenn ich die mission abschließe bekomme ich zum beispiel 100 punkte gutgeschrieben und ich kann zusätzlich noch ein modify mission score eintragen indem ich sagen kann ich multipliziere dividiere ziehe ab oder setzte die punkte auf eine gewisse anzahl da könnte ich jetzt sagen ich multipliziere das mit zwei wo genau das ansetzt habe ich leider noch nicht rausgefunden ich nehme an das hat einen sinn und zweck den muss ich aber auch noch ergründen dafür hat mir bisher die zeit gefehlt ich habe mich jetzt so bevor ich das video angeschmissen habe mal ein zwei stunden mit dem missions editor beschäftigen können die stelle habe ich noch nicht rausgefunden muss ich ganz ehrlich sagen aber ich lasse mich da auch gerne aufschauen und in den kommentaren wenn ihr dann das dlc auch in den händen habt gerne ausprobieren gerne infos reinhauen und dann kann man das noch mal ein bisschen erweitern toll und schlussendlich gibt es noch die awards ich kann zum beispiel sagen es gibt gold silber oder bronze award je nachdem wie viele punkte man gemacht hat da wir multiplikator von zwei haben wäre das maximum moment 200 also das wäre der gold award dann haben wir den silver award mit 150 punkten und die basis punkte sind 100 also ist das dann der bronze award und darunter gibt es dann noch so kleinere achievements die ich einschalten kann ich kann zum beispiel sagen timekeeper gibt es einen bonus wenn man es schafft den orbit in 30 minuten zu fliegen was ja dann doch machbar ist um es mal so zu formulieren und es gibt noch ein paar andere man kann noch sagen verbrauche bitte nur so und so viel sprit oder was wir jetzt uns noch einschalten ist alle kürbels überleben dass wir prinzipiell wünschenswert wenn man in orbit fliegt es gibt aber auch so was wie alle kürbels sterben man ist nicht besonders weit geflogen also maximal also man ist unter dieser kilometerzahl geblieben man kann das gegenstück machen man muss mehr als diese kilometerzahl gereist sein man kann verschiedene anzahl von vessels benutzen dass man sagt man muss dreimal umsteigen in der mission damit dass dieses achievement freigegeben wird und kann dann noch sagen mensch wenn du so so und so viele kilometer nur entfernt vom ksc wieder gelandet bist dann gibt es auch noch mal dieses achievement das sind ach so wenn du da lief markies man könnte noch sagen man kann auf mehreren planeten landen für nicht und wir machen nun einfachen orbit deshalb lassen wir jetzt mal diese zwei achievements drin wichtiger knopf der sonst vielleicht ein bisschen aus dem auge fällt ist hier unten der export knopf mit dem könnt ihr eure mission die ihr erstellt habt exportieren damit ihr die als zip file anderen spielern geben können wenn ich da jetzt drauf drücke sagt er mir mensch hier in meinem körper space chrome ordner im unterordner missions wird eine export es name hier kann ich meinen namen angeben zum beispiel heißt jetzt mission orbit punkt zip angelegt in der werden alle die sachen gespeichert also wenn ich jetzt was drin habe im moment macht der export nicht besonders viel sinn weil ich habe ja noch mich groß eine mission gebaut wird das reingelegt und ich kann jemand anderem mein missionsfall geben und sagen probier's doch mal schicken das rüber und eventuell wird es ja dann auch noch irgendwas geben irgendeine art von tauschbörse vielleicht wird das irgendwie in die steam workshop sachen eingebaut oder squat wird was eigenes dafür anbieten das weiß ich nicht habe ich auch noch nichts zu gehört aber zumindest für den händischen tausch über kann man sich per mail zu schicken kann man in dropbox schmeißen oder irgendwo hochladen wo man das halt gerne hoch lädt ist es schon mal implementiert und könnt ihr dort jederzeit abgreifen ich cancel das jetzt mal und nehmen die einstellungen somit dass wir erstmal die basis einstellung für unsere mission haben dann gibt es hier hinten noch few in tracking station da können wir mal draufklicken da wird es wahrscheinlich auch noch nicht so viel zu sehen geben dort wechseln wir jetzt in die tracking station wie sie kennt wo dann dinge zu sehen wären wie wir haben schon mal was angelegt mit hier gäbe es einen orbit oder dahinten ist noch eine vessel die da muss ich ein körper daraus retten gibt es jetzt alles natürlich noch nicht deshalb ist die tracking station ein bisschen leer hier könnt ihr euch dann aber jederzeit euren missions überblick geben so wenn wir zurück springen gibt es dann noch die möglichkeit die mission test zu fliegen sobald wir was haben und natürlich auch wieder die option das alles zu verlassen soviel erstmal zu den knöpfen oben jetzt kommen wir mal zu den notionen wenn ihr startet habt den start not und spawn vessel note wenn ihr den anklickt wir fangen mit dem start und an habt ihr hier die möglichkeit noch eine beschreibung für den note einzugeben die lassen wir jetzt einfach erst mal leer und es gibt immer die option das wird bei jedem note auftauchen ich gehe da jetzt nicht jedes mal wieder darauf ein sondern zeigt euch noch einmal ihr könnt dem note einfach auch noch eine andere farbe geben wir hatten jetzt im grünen ich lasse ihn auch einfach im grünen und habe die möglichkeit ihn auf activate once only für den starten und macht es total sinn es könnte aber andere notes geben wo ihr sagt die können ruhig mehrmals aktiviert werden dann könnt ihr dieses häkchen auch rausnehmen und für die mission gibt es gewisse grundlagen nämlich ein missions ruster wo ihr körper zur verfügung habt standardmäßig gibt es die kürbels die ihr schon kennt den jabber dyer den will bob und banden tina und ihr habt so ein paar lustige bewerber kürbels die euch zur verfügung stehen könnt aber auch jederzeit einen eigenen körper erstellen das heißt ich kann jetzt hier zum beispiel sagen ich erstelle mal den winter kürmen der hat schon vier erfahrungspunkte ist ein bisschen mutig ist vor allen dingen aber ein ziemlich dummer typ und ist ein veteran weil er ist schon lange mit dabei dann erstelle ich den zack habe ich ihnen zur verfügung für die nächsten missionen und beziehungsweise für meine mission ist besonders an der stelle interessant wenn ihr rettungsmissionen bauen wollt wo man sagt also wenn ich jetzt eine mission bauen möchte mit rettet winter von duna müsste ich winter natürlich dafür anlegen dafür ist das fenster dann da hier kann ich winter dann schon mal vorbereiten dann kann ich ihn später auf duna absetzen in meinem missions editor und sagen bitte holt mich ab ich verhungere elendig denn die kartoffeln sind alle gegangen so das machen wir jetzt mal wieder zu dann kann ich noch sagen auto populate crew dass man die wessel automatisch bestückt das lassen wir jetzt mal aus kann sich jeder aussuchen mit wie man fliegen will ich kann noch sagen zu welcher zeit des universums also das wenn ihr ein spiel startet startet das universum ja immer bei jahr 0 tag 0 0 0 0 0 0 uhr so wie es eingestellt ist ihr könnt jetzt auch sagen wir starten erst nach 20 jahren wo die planeten sich schon ein bisschen weiter gedreht haben ich lasse es jetzt auf null und die difficulty settings das ist das was ihr auch aus dem normalen spiel kennt es gibt gewisse vorgaben dann für die mission wie das ganz gemacht wird wir haben wir die ganzen basic settings wie sie aus dem spiel kennt und auch die advanced settings die kennt das heißt sie könnte zum beispiel geforce limits einschalten für eure mission oder ein plasma blackout wenn er es haben wollt und es gibt einen weiteren knopf das sind missionsspezifische settings hier relativ interessant ihr könnt zum beispiel das funding ein und ausschalten also könnt entweder sagen baue mal eine rakete so wie du lustig bist gibt so viel geld aus wie du möchtest oder ihr könnt es limitieren in den normal settings sind es ich habe es kaputt gespielt oder ein in den normal settings sind es 100.000 das könnt ihr dann natürlich wenn ihr den slider nicht wie ich gerade kaputt gemacht habt nach 10.000 runterschieben oder nach 50 500.000 hochziehen so wie ihr das für richtig haltet dann könnt ihr noch die kerbel levels konfigurieren und die facility options mit den verschiedenen level der einzelnen facilities wenn ihr zum beispiel sagt ihr wollt das limitieren dass man nur eine gewisse anzahl größere rakete machen kann oder eine gewisse anzahl bauteile hat dann könntet ihr potenziell eben die das würde das wirklich assembly building runterziehen oder das launchpad runterziehen auf ein geringeres level um den spieler einzuschränken wir lassen so wie es ist reicht ja schon dass den eins leider kaputt gemacht habe und dann könnt ihr noch fahrt filter nicht fahrt filter sondern part filter einstellen und zwar aus zwei richtungen ihr könnt entweder sagen es gibt bestimmte available parts dann könnt ihr draufklicken und sagen die und die teile sind verfügbar oder ihr könnt sagen es gibt unavailable parts dann könnt ihr auch wieder draufklicken und sagen diese teile sind nicht verfügbar wir lassen das einfach so wie es ist also unavailable parts nothing resource seat ist die ressourcenverteilung auf den verschiedenen celestial bodies soweit ich es geblickt habe und show mission briefing das ist quasi der knopf ob dem spieler wenn er eure mission startet das briefing was ihr hier oben eingetragen habt angezeigt wird halte ich prinzipiell für sinnvoll und wenn ihr das anwählt könnt ihr dann noch sagen wer ihnen das mission briefing vorliest von werner kehrmann über den kehrmann so die ganzen standard kehrmanns die ihr so kennt vom kehrmann space center sind verfügbar wir bleiben beim jean als alten mission instructor und dann sind wir auch schon durch die start note also durch die prinzipiellen basic settings der mission durch der zweite knopf der auch schon da ist entschuldigt bitte ist das spawn vessel also rakete herstellen irgendwas womit ihr irgendwo hin fliegt und das kann man auch wieder auf verschiedene art und weisen einstellen es kann auch wieder eine beschreibung an den note ran ihr könnt missionsende eintragen macht jetzt für mich hier nicht so viel sinn denn wir wollen ja mit der rakete noch irgendwo hinfliegen die options sind wieder das was ich schon gezeigt habe nämlich die farbe und dann könnt ihr dem ganzen ding einen namen geben ich nenne es jetzt mal orbital rakete für unseren flug und könnt dann auswählen ob der spieler die rakete selber baut oder ob ihr als erschaffer der mission eine rakete vorgibt wenn ihr das tun wollt müsst ihr natürlich vorher mal zum beispiel im sandbox mode eine rakete bauen und diese abspeichern da ich jetzt hier eine frische installation genommen habe kann ich jetzt hier gerade nichts auswählen und will ich auch gar nicht denn ich finde so ein spieler sollte für den orbit gerne seine rakete selber bauen und das spart mir einen haufen arbeit und macht es auch noch mal interessanter weil man sich selber seine rakete zusammenstellt bei der location habe ich relativ viel auswahlmöglichkeiten standardmäßig ist eingestellt die launchzeit dass ich baue in dem vehicle assembly building die bremsen eingeschaltet sind wenn es losgeht und ich vom launchpad starte hier habe ich natürlich noch bei launchzeit also das ist abhängig von der launchzeit habe ich noch die möglichkeit auf dem runway zu starten oder auf dem island er fehlt das ist dann diese kleine vorgelagerte insel kurz vor dem ksc im meer und die boomerang launchzeit müsste die sein die in der wüste liegt wenn mich nicht alles täuscht dort könnte man auch starten will ich nicht in einer launchzeit starten kann ich auch noch sagen ich bin gelandet dann kriege ich auch sehr viel mehr optionen nämlich kann aussuchen wo ich eigentlich gelandet bin auf welchem auf welchem planeten und kann dann auch noch sagen wo dort genau also ich habe wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle dann noch da habe ich ein bisschen arg weit runter gescrollt die longitude die latitude und die altitude brauche ich nicht einstellen weil wenn ihr mal guckt je mehr ich hier rum spiele umso mehr passt dann auch die altitude auf das an wo ich bin das haut immer genau hin dass er auf dem boden steht so ich kann die auch noch rotieren also die rakete quer aufstellen oder solche geschichten wenn ich das machen möchte aber das lassen wir jetzt erstmal das ist die gelandet variante ich kann alternativ auch noch sagen ich möchte im orbit starten auch hier kann ich mir dann natürlich wieder aussuchen wo ihr seht ihr kriegt immer hier unten so ein kleines fensterchen dann aufgeploppt was euch anzeigt wie das alles aussieht und ich könnte jetzt hier die ganzen orbit parameter einstellen nämlich wie hoch ist meine apoapsis, wie hoch ist meine periapsis, habe ich eine exzentrik in dem orbit drin, habe ich eine inklimation drin und 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 das heißt hätte der spieler seine rakete gebaut und wir würden in diesem modus starten würde die rakete bereits im orbit sein nicht nur um körben sondern auch hier kann ich natürlich wieder jederzeit sagen ich möchte was anders machen so im sonnen orbit solltet ihr übrigens vermeiden das ist relativ ungesund so wir wollen aber auf der launchzeit starten denn wir wollen ganz normal klassisch losfliegen in richtung orbit ganz einfache simple mission und wir können jetzt noch gewisse Vorgaben für die rakete machen also bei den vessel restrictions gibt es gewisse einschränkungen wir können zum beispiel sagen die rakete darf nur so und so viel kosten es darf nur so und so viel crew drin sein es darf nur so viel masse haben so viele teile so viele ressourcen es darf nur so groß sein es darf nur so viele stages haben ich nehme jetzt mal das staging als beispiel wenn ihr sowas auswählt und ihr könnt auch mehrere sachen miteinander kombinieren kann ich jetzt zum beispiel sagen ich möchte dass weniger oder gleich vier stages zum beispiel sind weil ich einfach sagen so mensch mit 17 stages kommt jeder in orbit aber versucht doch mal mit vier oder weniger und guck mal was passiert das lasse ich jetzt auch einfach mal drin als ein beispiel und könnte jetzt hier noch eine beschreibung für die rakete unsere erste rakete rakete eingeben und auch hier kann ich noch mal einschränkungen vornehmen für die teile die verwendet werden dürfen so damit habe ich das jetzt schon mal abgeschlossen und hätte jetzt im prinzip erstmal rahmen geschaffen um loszulegen jetzt wollen wir natürlich irgendwas machen weil einfach nur zu sagen so ja bauen wir eine rakete ist halt überschaubar komplex als mission und die mission hat ja auch noch kein richtiges ziel also kann ich jetzt ich fange jetzt mal etwas ganz einfachen an und danach gucken wir mal was man noch so machen kann und docken ein paar sachen an um die mission ein bisschen unnötig zu verkomplizieren damit ihr mal seht was prinzipiell möglich ist ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen drops den wir hier machen können im absoluten detail erklären weil ich möchte a dass ihr selber auch noch ein bisschen was zum entdecken habt wenn das dlc rauskommt und b muss ich ganz ehrlich zugeben habe ich auch noch nicht jeden einzelnen button angeguckt die meisten jetzt schon aber das ist relativ komplex und man kann glaube ich sehr sehr abgefahrene missionen damit bauen aber dazu kommen wir gleich jetzt machen wir erstmal den orbit das heißt ich kann das jetzt einfach per drag and drop rausziehen und hier drüben hinwerfen so gehen wir mal wieder so hin dass man das sieht und habe jetzt hier das nächste fenster mit dem orbit jetzt müsste man die sachen in der reihenfolge bringen das könnt ihr damit machen dass ihr hier auf den pfeil klickt dann erhaltet hier so ein lustiges flussdiagramm verbindungsdings wir nennen es mal den strich den klickt ihr dann hier drauf auf das nächste fenster und damit sind die beiden miteinander verbunden das heißt nach dem start note wo es darum geht die entsprechende rakete zu bauen würden wir jetzt rüber gehen in das nächste fenster unserer mission nämlich einen orbit so wenn ich das auswähle ist jetzt auch schon getan bekommen wir ein paar einstellungen was jetzt neu ist es gibt verschiedene möglichkeiten das kann ein event not sein damit kann man notes verstecken was damit auf sich hat dazu kommen wir gleich noch und alle sachen die hinter einem event not liegen also wenn was unerwartet das passiert nach missionen würden auch nicht gezeigt werden was genau damit gemeint ist wie gesagt machen wir ein bisschen später man könnte eine screen message zeigen das heißt diese beschreibung hier würde angezeigt werden wenn ich das häkchen mache sobald der note ausgelöst wird und der endnote das damit sage ich ihm hier endet meine mission ich bin dann zufrieden und glücklich wenn wir das geschafft haben das klicke ich jetzt nämlich mal an denn wir wollen ja jetzt mal erstmal eine ganz einfache mission herstellen in der wir einfach in den orbit fliegen man kann hier nochmal einstellen wie lange eine message dieser mission angezeigt wird was es eventuell wenn ich erfolgreich bin für einen missionstext gibt also da können wir jetzt reinschreiben herzlichen glückwunsch orbit erreicht so unser spieler ist also jetzt ganz glücklich hat die mission abgeschlossen und den orbit erreicht bei options ändert sich nichts ich zeige es euch jetzt nochmal activate once und farbe und so weiter und so fort das ist immer relativ gleich jetzt kommt die orbit einstellung das ist dann jetzt sehr speziell für den orbit node wir können erstmal einstellen wie akkurat muss ich denn den orbit fliegen also wie genau da gibt es immer die möglichkeit hier drin zu editieren oder mit dem slider zu arbeiten sage ich 100 prozent dann muss der spieler wirklich auf den meter genau das tun was ich hier unten vor gebe als orbit oder ich lasse einen gewissen spielraum damit man nah genug rankommt wir lassen jetzt mal die 90 prozent wir machen ja eine einsteiger mission und dann gibt es die möglichkeit zu sagen ich erlaube beschleunigung das bezieht sich unten auf die stability time das kennt ihr auch schon aus anderen ksp normal missionen vielleicht dass man wenn man orbit erreicht hat eine gewisse zeit in dem orbit stabil bleiben muss fünf sekunden sind jetzt vorgegeben würde ich low acceleration anklicken würde ich jetzt sagen ja währenddessen kann auch ein triebwerk laufen oder was auch immer und das unterbricht diese fünf sekunden nicht ich lasse das jetzt mal raus wir wollen schon dass jemand fünf sekunden in diesem orbit schwebt und wir können noch sagen um welchen celestial body in diesem falle bleiben wir auch bei kirbin denn naja wir machen es ja einfach man könnte jetzt auch einstellen mach mal ein orbit um duna so dann geben wir hier die parameter für unseren orbit ein da können wir jetzt auch wieder drin rum editieren und sobald wir uns da rein klicken springen wir unten auch wieder hin dass man sich das alles im fenster noch mal angucken kann ich sage jetzt zum beispiel mal ich möchte einen 80 kilometer orbit haben also 80 80 dann trage ich das einfach bei apo abscess und peri abscess ein und hätte jetzt auch noch die möglichkeit wenn ich die leute ärgern will zu sagen hier 33 grad inklination und hier unten seht ihr das dann auch immer das könnt ihr alles hin und her drehen mit der rechten maustaste ich glaube ich habe die boomerang launch site gefunden jetzt können wir gleich mal gucken wo die eigentlich ist die ist echt ganz wo anders glaube ich nicht die wüste das eher so auf der anderen seite sie neu ich kannte die noch gar nicht vielleicht ist sie neu wer weiß das schon so genau vielleicht ist die tatsächlich neu vielleicht sind das die die körper russen oder sowas wir wissen es nicht genau so ich ziehe das mal wieder auf null zurück wir bleiben bei der aussage dass das hier eine beginnermission ist und natürlich ist es am einfachsten vom ksc aus in einen null grad inklinations orbit zu starten aber wie gesagt ihr könnt das alles vertudeln ihr müsst aber auch ein bisschen aufpassen wenn jetzt sagt ihr macht ein 80 80 orbit und verschiebt die exzentrik massiv dann ist das halt auch kein orbit mehr sondern ist das leider suborbital ich ziehe das mal wieder zurück die kleinen verschiebungen hier oben ignoriere ich höflich denn wir wollen ja eh nur 90 prozent genauigkeit haben und jetzt kann ich noch unten sagen ich würde das gerne mit meiner orbital rakete erreichen so tada fertig unsere erste super simple ganz einfache mission ist zu ende gebaut so sind bekannt sein aber wir haben immerhin schon über 20 minuten mit dem erklären verbracht und was ich jetzt noch habe sind hier oben buttons ich kann jetzt eine sogenannte validation laufen lassen die sagt mir nämlich ob das alles funktioniert was ich gemacht habe dementsprechend wird das dann grün oder rot es ist grün alles ist super okay habt ihr irgendwas falsch gemacht würde hier halt drinstehen ihr habt vergessen endnote einzugehen also zum beispiel wenn ich euch das jetzt mal zeige wenn ich jetzt sage ich nehme mal endnote raus da ist es noch nicht vorbei ich lasse das laufen dann blinkt er und sagt da gibt es keinen connector nach draußen und dieser knoten der jetzt rot blinkt ist kein endknoten macht total sinn der sagt nämlich die mission ist noch nicht fertig mache ich jetzt wieder das ding rein ist alles wieder cool denn unsere mission ist beendet jetzt könnten wir die mission mal test fliegen und uns angucken das könnt ihr machen über die test mission und wenn wir jetzt noch mal die tracking station springen speicher das mal müssten wir unseren kleinen orbit den wir vorgezeichnet haben auch sehen also dafür ist der tracking station ding ist gut wenn ihr später ein bisschen mehr sachen habt müsst ihr euch natürlich dann auch mal vielleicht eventuell orientieren ob das alles so stimmt vielleicht wollt ihr irgendwelche orbits kreuzen lassen für ordnung gewusst oder so das könnt ihr euch hier alle angucken hier sieht man auch noch mal welche objectives das jeweils sind und wir gehen jetzt mal zurück jetzt kommen wir zu dem spannenden teil ja super jetzt sind wir in orbit geflogen aber dafür brauche ich jetzt keinen missions editor da habt ihr recht es gibt nämlich noch echt viele 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 andere sachen und jetzt zeige ich euch mal wie wir aus dieser sehr einfachen orbit mission plötzlich ein sehr spannendes ding machen können indem wir ein paar sachen einbauen wir können jetzt nämlich zum beispiel mal sagen das ist tatsächlich nicht der end note so und es gibt als nächstes einen was machen wir denn schönes lasst mich mal gucken also vielleicht gehen wir erstmal durch also es gibt kunstchen scores da kann man irgendwelche sachen machen ach hier kann man die scores einstellen okay ich glaube ich habe gerade selber die erklärung gefunden wie ich das machen kann also ich kann punkte dazu noch mal reinlegen ich kann die fans hoch und runter machen und noch entsprechend test durchführen achso zwischendurch einen test einbauen wie viele scores oder fans der spieler bereits verdient hat ich kann mit den kürbis noch umspielen das ist für rettungsmissionen zum beispiel interessant das heißt ich könnte jetzt sagen ich will eine kürbel recovery noch irgendwo einbauen dann könnte ich jetzt sagen zack nächster slot kürbel recovery und such mir jetzt jemanden raus zum zb man muss den winter irgendwo her retten und kann dann jetzt einstellen nachher noch wo sich der winter befindet und solche geschichten das nehmen wir jetzt auch mal raus das will ich nämlich gar nicht machen wir wollen jetzt kein retten wir wollen genau wir wollen jetzt mal ein bisschen fies sein wir lassen jetzt nämlich ein teil ausfallen an unserer rakete bop und sagen das passiert nachdem wir im orbit gelandet sind zum beispiel können wir jetzt sagen oh nein und an unserer rakete ist etwas passiert hier machen wir jetzt ein event not raus das würde jetzt folgendes verursachen für unseren spieler sieht die mission folgendermaßen aus er kriegt die aufgabe fliege in den orbit und fliegt in den orbit sobald er dort angekommen ist und denkt ha ha ich habe die mission geschafft triggern wir rüber auf fail part das ist jetzt ein event note der ist dahin versteckt war so und jetzt machen wir folgendes wir sagen jetzt es gibt einen klitzekleinen fehler an der orbital rakete nämlich unser also ihr seht es gibt echt viel von irgendwas mit den radiatoren funktioniert nicht über die control surfaces funktionieren nicht mehr die solarpaneele brechen zusammen engine ist tot und 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 ich würde gerne nehmen jetzt lass mich mal gucken irgendwo hatte ich was schönes mit dem motor mal gesehen lass uns doch den dead engine nehmen so der motor also unser antrieb fällt aus jetzt können wir sagen can be repaired can be repaired funktioniert aber nur wenn zum beispiel ingenieur dabei ist der das ding auch reparieren kann das heißt jetzt sind wir im orbit angekommen plötzlich fällt unsere rakete aus so jetzt ist der spieler natürlich dann ziemlich gelackmeiert wenn er keinen ingenieur mit dabei hat hat er einen ingenieur kann er darauf reagieren wir können jetzt aber auch einfach sagen statt ihm gleich mit einem dead engine zu konfrontieren machen wir etwas was dafür sorgt dass er eine notlandung durchführen muss nämlich unsere solarpanee effizienz beginnt sich mal so eben auf ein prozent zurückzufahren und wir können noch die description hier einblenden dann steht hier nämlich so was schönes wie die solarpanele haben eine fehlfunktion so die wahrscheinlichkeit dass wenn jemand in orbit fliegt nämlich solarpanele zur stromanzeugung dabei sind ist relativ hoch und da jetzt die chance besteht dass der spieler dann trotzdem sagt so ist mehr egal muss ich ja nichts wegen machen können wir noch was anderes machen wir können nämlich noch zusätzlich ein resource drain triggern weil wir einfach unfreundliche leute sind können wir nämlich dazu noch sagen auch das wäre jetzt schade wenn du eine große batterie mit dabei hast und direkt nach deinen solarpanelen fällt nämlich als nächstes noch also es fällt nicht aus sondern beginnt dann ein electric charge für zehn sekunden alle zehn sekunden um eins zu sinken so das heißt wir ziehen ihm jetzt auch noch nach und nach den strom aus seiner rakete raus womit ein gewisser drang entsteht möglichst schnell den orbit wieder zu verlassen und eine landung hinzulegen und jetzt können wir dann als nächstes noch mal sagen ich würde jetzt gerne ein go to haben dass wir nämlich eine notfall landung machen in richtung ich baue das mal hier oben hin dann sieht man es ein bisschen besser auf körben und können gucken dass wir jetzt sagen okay unser end note wird dann und das ist jetzt der tatsächliche end note unserer mission ist jetzt körben und ich kann mir auch wieder eine position aussuchen die sobald ich drehe ich hier wieder eingeblendet wird und kann jetzt sagen komm her lass uns mal eine notlandung auf der insel durchführen so gut und damit geben wir ihm jetzt vor dass er bitteschön mit der orbital rakete eine notfall landung innerhalb von 150 kilometern oder so ganz schön weit kann wir das noch ein bisschen einschränken ja innerhalb von vier kilometern damit wir mit dem boot rechtzeitig rankommen an dem insel flughafen durchführen muss und schon ist aus unserem kleinen lustigen orbit ausflug ein mittelschweres desaster geworden mit einer rettungs mission um ganz schnell nach unten zu kommen also mit einer mit einem schnellen missions abbruch um zu landen bevor uns der strom ausgeht so kann das zum beispiel aussehen um euch jetzt mal eindruck zu geben was ihr eigentlich alles machen könnt gehen wir jetzt noch mal die sachen durch also hier oben waren wir schon mit den körbels ihr könnt gewisse körbels noch einer mission zuordnen das heißt die müssen dann vielleicht irgendwo eingesammelt werden und in einem gewissen was weiß ich im labor mitgeführt werden ihr könnt crew counts checken also ihr könnt sagen was für körbel rollen habt ihr ihr müsst 17 ingenieure mitnehmen nach minmus weil die da eine schokoladen fabrik bauen müssen oder sowas ihr könnt checken ob ein körbel eine vessel betreten hat ihr könnt evas anordnen dass das teil der mission ist dass ein körbel irgendwo eine eva machen muss die klassische körbel recovery hier das hatten wir vorhin ja schon kurz könnt ihr körbels auf einem celestial body abstellen oder ihr könnt sie irgendwo im weltall natürlich bunkern es gibt die prüfsteine ein körbel gerettet zu haben das heißt rescued ist immer wenn ihr recovered so wie es aus dem mission kennt und take körbel ist die klassische touristik mission der körbel möchte irgendwohin und möchte gerne irgendwas sehen so dann habt ihr ganz viele locations ihr könnt irgendwo durchfliegen entlang fliegen go to haben wir gerade gemacht ihr könnt landet vessel irgendwo hinbringen ihr müsst dies viel auf influence von irgendwas verlassen in orbit machen ihr könnt noch an orbit parametern herum spielen also das ist eher dafür da um zu gucken ob die vessel etwas bestimmtes erreicht hat und dann könnte man daraufhin wieder was anderes auslösen ihr könnt flags irgendwo planten lassen man kann gewisse höhen haben also um euch mal einen eindruck zu geben reach altitude was zum beispiel super fies ist ihr könnt die orbit mission auch so bauen dass ihr hier auf dem weg zum orbit einen reach altitude check einbaut und einfach mal während dem aufstieg auf zwölf kilometern stumpf das triebwerk ausfallen lasst oder irgendwelche anderen scherze und die mission plötzlich in eine notfall landung umbaut oder was auch immer oder ja ja hoffentlich ein ingenieur dabei ist der das triebwerk wieder repariert see of influence reach das heißt hier könnt ihr prüfen ob das raumschiff angekommen ist im einfluss eines planeten oder eines mondes ihr könnt gucken ob eine vessel splashdown ist und ihr könnt distance checks machen also prüfen ob die rakete in einer gewissen entfernung zu einer launch site zu einem körbel zu einer anderen rakete und so weiter ist ressourcen und signs hier das sind diese klassischen holt mal ohr von irgendwo und bringt woanders hin ihr könnt checken wie viele ressourcen verfügbar sind und natürlich könnt ihr bestimmte science experimente durchführen lassen also zum beispiel könnten wir jetzt hier noch dazwischen klicken hey wenn im orbit bist misst doch bitte mal die temperatur und bringen wir das wieder mit spawnable das sind dinge können gespawnt werden das heißt wir könnten jetzt zum beispiel sagen dass wir auf einem bestimmten trigger in der mission gewisse dinge entlernen stehen lassen hast du ihnen eine flagge ein körbel eine launch site oder eine vessel ein klassiker davon ist hier vorne schon drin nämlich ein spawn wessel machen wir vorne schon wir könnten jetzt zum beispiel auch sagen wir lassen hier oben den antrieb ausfallen wie wir es vorhin hatten und gehen dann rüber in spawn wessel dass wir zum beispiel eine rettungs rakete bereitstellen die dann gestartet werden kann um die gestrandete rakete aus dem orbit direkt zurück zu holen das heißt ihr könntet eine sehr einsteiger freundliche mission machen die erstmal nur den orbit vorsieht dann baut ihr aber darauf auf direkt in der mission als nächsten checkpoint dass die rakete im orbit strandet auch wenn der spieler alles richtig gemacht hat es geht einfach das blöde triebwerk kaputt und er muss in der neuen rakete hochfliegen und den körbel aus dem orbit retten ist vielleicht etwas starker schwierigkeitsanstieg aber manche leute wachsen ja an jene herausforderungen ja herausforderung war genau das richtige wort hier gibt es verschiedene utilities noch damit könnt ihr vor allen dingen das sind so logik schaltung ihr könnt dinge auf sind always false always true setzen könnt mit dem kameramode rumspielen ihr könnt jederzeit dialog messages auch einbauen also sowas wie ich hier gerade gemacht habe mit dem oh oh da ist irgendwas schief gegangen könnt ihr auch noch an anderen stellen dazwischen schalten wenn irgendwas passiert ihr könnt messen wie viel zeit von der mission gerade vorbei ist die genauigkeit eines tests habe ich noch nicht genau erforscht können wir mal rausziehen was er da genau sagt nicht viel das müsste ich mir auch noch mal angucken was das genau macht wie viel zeit die mission schon gebraucht hat und wie viel zeit seit einem gewissen node vergangen ist und last but not least gibt es noch die vessel parts da waren wir eben schon hier könnt ihr verschiedenste sachen mit eurer rakete noch anstellen das heißt ihr könnt das hatten wir ja schon ressourcen raus train ihr könnt als missionsteil machen das ein teil repariert wird das heißt zum beispiel könnt ihr die rettungsrakete auch einen ingenieur beinhalten der hoch fliegt und als aufgabe bekommen neue missions aufgabe dieses triebwerksteil zu reparieren an der anderen rakete oder ihr könnt eine rakete explodieren lassen das ist natürlich relativ fies gewisse geschwindigkeiten aktivieren stagings checken und ganz witzig ist explode part da könnt ihr nacheinander teile auch weg explodieren lassen auch in schneller reihenfolge falls ihr irgendjemanden richtig angst machen wollt ihr seht mit diesen teilen kann man glaube ich wenn man sich ein bisschen hinsetzt und damit auseinandersetzt relativ komplexe missionen bauen ich werde hoffentlich die nächsten tage auch dazu kommen mich mal noch ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen um mal ein zwei missionen zu bauen und kann mir tatsächlich im kopf schon ganz gut ausmalen dass man damit echt spannende sachen machen kann zum beispiel auch für streams oder für eben kleinere challenges eine mission bereitzustellen um zu sagen hey ich habe hier was schönes gebaut wer erreicht am meisten punkte in meiner mission ich hoffe das war ein netter erster überblick die nächsten tage wird es dann noch einen kleinen blick in die making history historischen missionen geben da werdet ihr denke ich am montag ein wenig was zu sehen und ansonsten wünsche ich euch ganz viel spaß mit dem dlc sobald er draußen ist ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was zeigen für den anfangen und mir bleibt dann noch zu sagen vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss den in f es was alles d jetzt kann Bis zum nächsten Mal.